Ladies and gentlemen, hello and welcome to another... No, that can't be said. Scheiße! Eric! 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 Hm? Eric, don't give me a shit here. Yeah, I don't give me a shit here. Okay. There's a car, man. Oh! Nein! Alter, was ist das eigentlich für eine Rand-Smack? Oh, nee. Ah! Oh, ja, ich seh euch! Ich seh euch! Oh, oh! Oh, mein Gott! Nico, du bist sowas von tot. Oh, fuck! Guck! Sag der ja. Oh, nein! Hihihi! Haha! Sorry, Uli! Oh, oh! Ey, Uli! Sag mal! Was hast du noch aufgeholt? Scheiße! Wo ist Eric? Tot! Noll! Oh! Okay, das Spiel ist viel zu laut bei mir. Ja, dann macht's leiser. Oha! Ja... Wenn ich bin da noch ein paar Gretze-Gutmacher Hello, ich ederim O, ich sehe Eric! Huh! Ja, du warst im letzten Rennen ти-Erster. Da ist Nico! Hehehe! Oho hohohohhoh Häh! Ohohohohohoh Häh, du hast mich wieder! Häh! mir gefällt mir einstelligen nicht aber gut 183 nein das ist immer noch der rocke wir haben wir kommen zu einer folge ist hier ist erik der mir mega also war ein stopp er hätte ich für das mal gegen die allgemein wir können uns treffen alle fremden ich habe mich gerade alle ab ich habe ich habe die zufrieden und erweiter ich stehe ich stehe ich stehe hier gut stehen Nee, allgemein ist gut. Alter, wie kann der Bus dritter sein, Alter? Ja, da wird von einem bloß geschoben. Alter, Frames hat mich überholt in der Innenkurve. Das ist ja absolute Schweinerei. Oh nein, Bus, 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 Bus! Alter! Hahahaha! Alles Mongos da. Das war knapp. Aus dem Weg, du Scheiß-Mod. Alter, die erste Kurve nämlich sowas von Kacke. Ach du Scheiße, was passiert denn hier jetzt? Da war Felix. Hi, Felix. Ui, nice. Hallo. Ich bin Zweiter. Was? Unmöglich. Was, ich komm hier, nein. Erik ist Erster, das ist noch mal unmöglicher. Oh, tatsächlich. Weißt du, wie scheiße du, du musst jedes Mal an der Kreuzung anhalten, weil... Fert. Sonst wärst du gefährlich. Hi, Nico. Hi. Hi. Hi, ist Crackfest das Spiel, glaub ich. Echt? Was? Franchis Erster? Das muss sich ändern. Schöner Sau. Ich kümmere mich schon drum. Okay, gut. Danke, Nico. Hahahaha. Bitte. Hahahaha. 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 Ah, das war knapp. N01, Erik ist Water. Oh, 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 oh. Nico ist hinter mir. Oh, ass schei, oh, 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 oh. Oh, ass schei... Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist recht lustig. Meiner hat mehr Freiluft da oben. So, einmal überrollen. Ja, meiner fällt ab und zu mal raus. Oh Mann, hier Kopf-ein-Kopf-Rennen! Oh nee! Oh, schade. Nein, 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 nein. Du Spasti! Alter. Hi, Juli! Nein, Bot! Bot! Hi, Frimi! Boah! Alter, Nico! Ich wollte dich eigentlich gerade schön haben. Aber? Ja, ich... Ja, hast du mehr als verdient. Nee, nee, nee. Bin ich aber einfach dabei. Ja, ich nicht. Was? Jetzt steht's unentschieden. Alter! Wer hat sich denn da so überschlagen? Alter! Was ist denn so lustig? Wie meine Karre von hinten aussieht. Alter, was macht ihr eigentlich? Alter, da kriegt... Da kann ich... Da kann ich achten. Alter, Frimi, was gut ist. Ja, gut. Mein Auto fährt überhaupt nicht mehr. Was passiert hier? Ich hab Vollgas gegeben und das Auto stand einfach nur. Was? Das ganze Rennen über... Platz 3 oder 4... Nee, 4 oder 5... Und dann auf einmal wirst du weggefickt von Alty. Hallo? Hallo? Geht diese Map normalerweise nicht irgendwie 12 Runden oder so? Ja, auf diesem Server sind alle Rennen so ewig kurz. Boah, lame. Daumen runter. Ja. Oh, Erik. Erik, sehr gute Startposition hast du da. Findest du? Alvico. Alvico. Alvico, hallo, hi. Alter, fuck euch doch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Nein. Ich bin 19. Alter, was machen die Bots hier, Mann? Die Bots ficken nicht weg. Raus, kannst du dir weg. Hi. Hallo, Freddy. Geht aus. Ihr könnt euch mal bei mir bedanken. Au, fuck nie. Nein. Hallo, Juli. Hallo. Ich höre dich. Ich höre dich. Und damit der Beste von uns allen, glaube ich. Und das ist einfach so gut. Ja, ich fühle dich. Das ist doch nicht. Oh, nee. Oh, komm. Meine Karre dreht in... Ich hab auch... Oh, fuck. Ah, Juli. Oh, fuck. Frontal. Ich bin der erste hier. Irgendwie ist Lenken vergessen. Ich kann... Nee, ich hab... Ich hab Schrift und Leertasten verwechselt. So, YOLO. Okay. Schade. Bitte töte mich. Ich kann nicht mehr drehen. Ja, ich glaube, ich werde lenken. Ich hab noch drei Räder, fuck. Ich hab vier. Oder? Hallo, 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 hallo. Guten Tag. Kann die Achterform nicht bitte nur aus Linkskurven bestehen? Links kann ich drehen, rechts überhaupt nicht. Juli ist doch tot. Nein. Bei mir ist sie genauso, Nico. Juli, guck, guck mal mir zu. Ich kann überhaupt nicht mehr nach rechts drehen. Ich auch nicht. Ich muss... Ich muss über die Bande gehen. Ich bin noch gut im Fuß. Oh, da war ja Nico. Ich kann gar nicht mehr lenken, fast. Aua. Okay, das... Was? Hey, wie viele sind denn noch am Leben überhaupt? Ich... Es sind zwei tot. Äh, au, 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 au. Und wenn von 20 Leuten zwei tot sind... Leben achten sie noch nach allem. Riese, ficken. Ha, da war Leon. Mein Motor brennt. Au, 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 au. Fuck. Oh, nein, 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 böse. Ah, hallo, hallo, hallo. Alter, mein Motor zieht nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh, wieso steht bei mir, dass Framing gerade was am tippen ist? Ah, meine. In der Ahnung. Was fällt das Quod? Nein, hier im... Im Spiel! Na, so ein Bot hat gewonnen. Das ist ja, hier geht schon mal gut los hier. Alter, da hat ein Bot... Da hat ein Bot... Da hat ein Bot... Da hat ein Bot und 324er Wagen. What? Äh, äh, ich hab einen Ex-Bike. Ah, es geht. Also ich tue mal tot. Alter, der beste ist Erik mit 7ter. Ja, 12ter. Oh Gott, oh Gott. Erik und Nikolini, ich muss mich entscheiden. Und der Frau mit fährt nicht, ganz toll. Na, ich bin angehalten, um Nikolini fährt auch zu halten, ne? Nein. Das war auch nicht du. Trotzdem. Fremi, wo du dich redest? Oh Gott, hier hat er hier weg. Au, au, au. Polizei, Auro. Oh mein Gott, das will ich auch haben. Direkt nicht. Nein. Okay, das Trend ist gelaufen für mich. Nein, Juli. Ah, nee. Hallo Juli. Oh, Fremi. Hallo. 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 Wer war das? Nein, Nico. Halt, Nico. Alter. Hopp. Ruck lassen. Alter, Auto, fährst du mal ein bisschen schneller in den Kuchen, bitte? Hallo, Juli. Au. Haha. Oh nein. Wer ist da neben mir? Der Darky. Der Hardy. Das ist ein Bot. Ja, Alter. Äh, lol. Bin ich zurückgegriffen? Hallo? Ja, wirklich die Welt leider. Ja, ist zurückgesetzt worden. Warum? Keine Ahnung. Ich habe den Schaden von deinem Dings gar nicht mitgekriegt, glaube ich. Oh, nee. Wirklich? Das Spiel hat mich auch noch mal zurückgesetzt. Aua. Oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, Franks wird sichtbar. Ah, warte mal. Mit Instance kann man... Mit Instance kann man... Mit der kann Instance... Hey, Juli. Das könnte... Das könnte jetzt ganz schön belastet werden hier. Erik! Erik! Ich war mal Zweiter. Ich war mal Zweiter. Hallo, was macht meine Kamera? Jamie! Oh, oh. Oh, Juli. Ah. Heiß Erik. Boah, okay. Okay, jetzt geben sie mich alle zurück. Hallo? Hallo? Oh, Mann. Ich war gerade Vierter, Mann. Jetzt bin ich bei Leon. Hey. Ich war gerade... Ich war gerade Vierter. Okay, gut. Ich war gerade Vierter. Wo ich dich gerammt habe war ich Zweiter. Alter, Bobs. Du bist so eine verfickte Ruhe. Ich bin Zweiter. Ich habe schon neulich mal. Komm. Hallo Erik. Eine halbe Runde noch. Eine halbe Runde noch. Eine halbe Runde noch. Eine halbe Runde noch. Nein, Erik! Niko ist hinter mir. Niko ist hinter mir. Nein. Erik! Nini ist hinter mir. Nein. Ja, ich habe beendet. Juhu. Ich bin zwölfter. Erik, du Sackgesicht. Was hat Erik gemacht? Hey, jetzt habe ich einen Platz gewonnen. Er hat mich demoliert. Alter, was? Ich wollte wirklich auf dem Ziel geraten. Auf dem Ziel hat er mich demoliert. Das war meine letzte Runde. Ich hätte da nur noch einen Meter weiter fahren müssen. Die Rampe runter hätte ich gewonnen. Äh. 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 Schön. Was nach Freni? Das habe ich gegen die Richtung. Äh. Warst du mich vor mir? Nein, du hast mich überrundet. Lol. Oh, lol. Warte, ich bin der Beste. Ich bin der Beste von uns. Wollte mich verschaukeln. Keine Ahnung, wenn du eine Schaukel hast. Was? Oh, nein. 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 jetzt bin ich ganz damit einverstanden. Alter Leon, mega geil! Ich bin, wie ich bin? Ja! Ja! Leon! Wurde ich denn gesetzt? Nico? Juli? Nein! Juli? Nico? Uiuiui! Uiuiui! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Das hat mich zu viel! Driftweiner ist perfekt sogar! Bus auf Gas geben können! Scheiße, der Arschloch hat mich überholt, Mann! Der Arschloch! Ich bin Schwabe, da ist er! Na! Oh! Nein! Wer ist jetzt auf mich gesprungen? Hi Nico! Ich hab den Bus seitlich gerammt in der Luft, ey! Oh fuck! Alter Leon! Aber ich seh schon, Juli, du hast wenigstens gelernt! Du fährst ja da unten gehen! Ich hab die Juli-Taktik immer! Geiger ist in den Looping reinfahren! Funktionht häufig sehr, sehr gut! Shit, Mann! Das hab ich einen Fehler gemacht! Ja! Hallo, Freymi! Ey Nico, wo bist du? Oh, bist du grad durch den Looping gepimmelt? Bin ich soweit hinter dir? Ja, also, ich bin durch den Looping aber nicht... Oh! Ich revidiere meine Aussage! Was ist das für ein Spasti hier? Oh! Au! 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 Äh, ja, ein anderes Problem! Das hilft, das hilft dir Plätze zu gewinnen! Nein, das hilft vier Plätze zu gewinnen! Nein, 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 nein! Du gewinnst auch Plätze! Ich hab nämlich grad diesen Spasti hier überholt! Du gewinnst mindestens zwei Plätze, von dritter auf fünfter! Ja, mach's! Alter, das ist meine erste gute Runde! Oh, joi, joi! Hä, was? Wie bin ich jetzt denn hier vor? Hä? Ja, scheiße! Ähm... Okay, ich bin abgedrückt! Okay, das ist fertig! Okay, der Looping-Batter ist grad ein bisschen blockiert! Komm schon! Komm schon! Flashback, ne? Ihr müsst den Flashback noch einmal ran! Ach, da ist noch eine Runde! Ja! Äh, Erik! Halt an! Bremst Flashback einmal auf, sonst hast du ihn demoliert! Nein! Oh, ich bin schon Platz 8! Ich werde gespätzt! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Und da war grad Erik! Ja, ja, ja! Ich muss mich zurücksetzen, weil ich im Looping festhiege! Oh, shit! Das ist wirklich ein bisschen kacke! Da liegt uns los! Oh nein, 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 nein! New da! New da, geh weg! Ihr könnt uns meine Aufnahmen gerne nutzen! Ich bin zweiter! Bitches! Ich bin zweiter! Nein! Ich bin zweiter! Warte, man kann den Looping umfahren! Ja, aber jetzt dauert aber deutlich länger! Ja, das hat Juli auch gelernt! So! Ich habe den Kreis nie umfahren, Nico! Ja, oder man macht's wie ich! Ja, das war... Ich habe ihn nie umfahren! Ich habe gebremst und bin nicht durch den Kreisel gefahren! Da auch mache ich auch die ganze Zeit! Ja! Das ist am schnellsten, oder? Tatsächlich nicht! Aber Nico, das heißt nicht, dass ich den Weg um den Kreisel herum genommen habe! Hm, doch hast du aber mal! Nein! Doch! Einmal doch! Ich mache jetzt hier... Scheiße! Ist das schon vorbei? Ich wollte euch noch zuschauen! Das war's für diese Folge! Workfast! Teilt euch das nächste Mal wieder ein... Wenn's mir da ist, Dragfest! Bis dann! Tschüss! Tschüss!